Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Metro 2033. Ich bin mal wieder hier, wie ihr seht, unten drunter. Allerdings ist es mal weiter hinten, denn es ist mir was aufgefallen. Ich bin nach ganz hinten mal gerannt, ja, und schau mal, hier geht's noch weiter. Hier ist so ein Rohr, man kann hier hinabsteigen und an diesem Rohr kann man noch weiter hinabsteigen. Also hier ist ein geiler Ort. Hier gibt's auch einen neuen Helm für mich. So, dann habe ich wieder ein komplett neues Helmchen. Und damit können wir uns hier auch ein bisschen ausrüsten. Und zwar, seht ihr, hier geht's weit, weit tiefer hinab. So, da muss ich aufpassen bei sowas. Und hier ist ein Röhrchen. Okay, und hier sind wir dann unten. Jetzt brauchen wir nämlich unsere Atemschutzverrichtung hier. Den Gasthalm, den wir eigentlich immer aufhaben scheinbar. So, und wir können hier unten lang gehen. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Ja, das ist doch richtig geil, oder? Ob's hier was gibt, weiß ich natürlich nicht. Aber wir gehen natürlich in die Richtung, in die wir sollen. Da oben ist ein tiefes Geballer. Oh, da sind Chamba hier aber ein paar Fallen aufgestellt. Die müssen wir wohl, müssen wir mal aufpassen. Okay. Hier müssen wir uns wohl beeilen, weil... Ja, okay. So, durch die Rohre hinab. Und jetzt? Jetzt geht's hier nicht weiter. Toll, das ist aber kein guter Ort. Ah, hier geht's weiter, okay. So, wir haben's, glaube ich, geschafft, nachdem ich hier zwei Folgen nicht mehr weiterkomme. Ja, gehe ich durch ein Höhlensystem. Geile Sache. Hey, warte, 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 warte. Okay, ist hier nicht was? Die lachen, Leute. Schauen wir mal, warum die lachen. Das interessiert mich. Okay, wo bin ich hier denn hingeraten? Ja, ja. Okay. Ich bin hier an einem Ort hingekommen, aber... Da werde ich wohl wieder ballern müssen, oder was? So. Okay. Ich glaube, den können wir ganz leicht niederknüppeln. Hä, wartet. Hä. Okay. Wie benutze ich das denn eigentlich? Fernrohre oder so. Äh. Die sehen mich nicht, oder? Nein, nein, die sehen mich nicht. Was soll ich denn machen, hä? Wo bin ich denn? Ich sehe nichts mehr. Okay, jetzt bin ich tot. Dachte, ich sei gerade eben schon tot. Aber, ne, jetzt bin ich jetzt tot. Hab ich denn sowas wie ein... Hab ich so Dinge, aber ich kann damit nichts anfangen. Okay, also hier muss man aufpassen. Ich könnte natürlich auch hier weiter mit... ...granaten oder so, aber... Was soll ich mit sechs? Nichts. Okay. Gern nicht aufgefallen, dass hier noch ein Weg war. Da kann ich natürlich auch lang. So, den hab ich niedergemacht. Hoff, da kommt jetzt... ...nicht jemand. Zum Nachgucken. Doch, natürlich. Kommt jemand zum Nachgucken. Sieht nichts, oder? Schauen wir nicht. Doch, die haben was gehört. Ich fürchte, das war nicht so lautlos, wie ich es gern hätte. Okay, sehe ich das richtig. Ah, das habe ich richtig gesehen. Da sind welche. Okay. War wahrscheinlich nicht das Beste, was ich hier gemacht habe. Wahrscheinlich. So. Mein Problem ist... ...dass ich jetzt... ...ja, hier ein paar hab. Vorne und hinter. Ja, und... ...ich mach natürlich zwei Schüsse gegen ihn und... ...passiert gar nichts. Wie immer. Musst du doch irgendwas machen. Um da durchzukommen. Aber... Hä? Die Frage ist natürlich, was? Ist wahrscheinlich besser, wenn man... ...naja. ...den lautlos ausschaltet, aber... ...so, damit, ja. Damit geht's hoffentlich. Ich möchte von hinten jemanden lautlos ausschalten. Ist er jetzt tot? Ja, er ist zwar tot, aber... ...das war irgendwie laut. ...da, ja. Wie ich es mir dachte. Ja, tötet euch jetzt selbst. Nachher. Okay. Die haben sich, glaube ich, entweder selbst erledigt. Oh, da hat er sich ja noch versteckt, der... ...Hundesohn. Geht du doch auf den Boden. Ja. Hä? Hä? Stimmt doch! Ja, also endlich. So, ja. Nimm das. Miss Kerl. Oh, was ist das? Ach, so Luftdruckwaffen. Hängt von dem Druck ab. Also Y gedrückt, um den aufrecht zu halten. Okay. Toll, hier ist sonst nichts. Das ist ja toll. Ich muss also nach oben. Was ist das? Ah, Munition davon. Dann habe ich die ganze Zeit für diese Waffe Munition geholt. Was seid ihr denn? Haben ihr nicht, oder was? Hä? Wieso war da jetzt dieses dumme Lampensymbol? Könnt ihr da durchschießen? Scheinbar nicht. Ich kann da auf jeden Fall durchschießen, wie es aussieht. Also Dino ist ja schwierig, wie es aussieht. Ja, das seht ihr richtig. Ist er tot? Ich glaube schon. Ich schieße euch die Treppen hindurch, Idioten. Könnt ihr das auch? Wir sind natürlich riskanter, aber... Wir sind natürlich riskanter, aber... Komm. Oh, Mist, Kerle. Okay, okay, hier kann ich den Klaupper schießen. So. Ja, stirbt er endlich. Ich glaube, der ist jetzt tot. Wir kommen hier in den Eichsten in Gioten. Ja, ja. So, habe ich den auch erledigt? Noch nicht, aber... Gleich, ja. Jetzt ist er auch tot. Okay. Läuft ganz toll jetzt hier im Moment, oder? War das überhaupt jemand lebendig ist? Das weiß ich jetzt nicht, ob der lebendig war. Ist das auch so aus? Okay, ich sollte aufpassen. Und nicht mehr viel leben. Ja, ich brenge mich auch gleich um. Okay, da sollte ich vielleicht... Ich sehe niemanden. So, ist er jetzt tot? Nee. Jetzt aber. Na also. Also kann man doch schon gebrauchen, diese... Diese Waffe. Aber ich glaube, ich schieße da jetzt einfach mal eine Granate rein. So. Vielleicht reicht das ja. Ja, komm schon. Ja. Ich glaube, ich habe sie... Ja. Kommt doch her, raus. Wenn ihr wollt, dass ich sterbe. Warte. Okay. Ich fürchte, es sind sehr viele. Können wir da einfach mal... Oh, oh, oh. Oh, oh. Da haben wir auch geschmissen. Wie es aussieht. Okay. Wir haben Besuch. Ja. So, sie sterben. Hier ist man richtig eingekesselt. Von beiden Seiten. Oder? Ja. Das ist man von beiden Seiten eingekesselt. Ich habe keine Chance. Ich werde hier wieder sterben, wenn es so weiter geht. Oder? Hier ist der Ausgang, oder? Lass das den Ausgang sein. Geht's hier immer noch weiter. Ja, hier geht's natürlich weiter. Wo ist denn der verdammte Ausweg in diesem Labyrinth? Bin jetzt hier, hä? Aber weder da noch. Da. Ja, das hat super funktioniert. Hä? Gehör? Nein, das wollte ich nicht. Ja, tot. Okay, also es ist jetzt mein letzter Versuch. Da muss ich nämlich langsam wirklich mich anziehen und gehen. Ich... Ja, flankieren. Ja, egal. Ich habe zwar geschossen, aber... Hat nichts geholfen. Jetzt muss ich hier rennen. Ich glaube, ich bin eben entkommen. Hier ist dann... Ja, komm doch. Der Freund ist auch vorbeigefahren, der Bastard. Also, die kommen hier mit allem Möglichen an, habe ich das Gefühl. So, ja. Und... Das gibt's nicht. Letzter Versuch hier, habe ich gesagt, oder? Das ist unglaublich. Ah, ja. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, die Waffe ist nicht so toll. Ich sollte sie wieder austauschen. Ich mag sie jedenfalls nicht. So. Also, es ist immer noch dieselbe. Okay. 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 Und... Und eine Granate wieder. Aber jetzt weiß ich, mit welcher Waffe ich unterstützt wurde. Mit welcher Waffe ich unterstützt wurde, waren natürlich diese hier. Schön, oder? Kann ich... ...in die andere Richtung sprinten? Ja. Vielleicht. Obwohl, da sind ein paar mehr, glaube ich. Haha. Schaffen wir's? Wir müssen ja nur hier fliehen. Und dabei aufpassen, hier entdeckt zu werden. Okay. Vielleicht schauen wir es ja hier auch. Wenn wir ruhig sind. Ja. Oder auch nicht. Wir wurden schon mal entdeckt. Ja. Entdeckt und gestötet. Naja. Okay. Ein Versuch geht noch. So, wir schmeißen hier einfach eine Granate hin. Das hatte leider keinen wirklichen Effekt. Wo denn? Also, irgendwie habe ich das Gefühl, die Pistole ist ja schon die zuverlässigste. Aber ich kann hier... Vielleicht haben wir unten doch was übersehen. Einen Gang oder so. Ich möchte nämlich irgendwie nicht diesen Weg gehen. Ja, da haben wir ja was Schönes gefunden. Okay. Was ist das jetzt? Äh, die hat auch nicht viel mehr Munition. Also. Oh doch, hat deutlich mehr Munition sogar. Okay, hier haben wir auch noch ein bisschen was. Sehr schön. Haben wir hier noch Sachen? Ja, ruft ruhig meinen Namen und so. Hier haben wir auch noch Munition, die so aussieht. Okay. Haben wir hier noch... Ne, hier scheint sonst nichts mehr zu sein. Schade. Also, es geht nur diesen einen Weg lang. Es kann einfach nicht anders sein, als zu ballern. Beziehungsweise, ich hätte vielleicht... ...nicht unbedingt ballern müssen. Ja, hätte ich vielleicht mal lassen sollen. Das... Da habe ich wohl einen Fehler gemacht. Ja. Haben wir den? Ah, jetzt haben wir noch ein Nachsichtgerät. Okay. Aua, wo denn? Von da will er mich getroffen haben? So. Okay. Jetzt rennen wir in diese Richtung. Wir haben den einen nämlich erschossen, das ist okay. Dann können wir hier weiter. Perfekt. Müssen wir schauen, dass wir hier nicht erwischt werden. Indem wir vielleicht hier so... Ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Das heißt, wir sind nur schon, dass wir hier nicht erwischt werden. So, wo sind wir hier? Irgendwo? Okay. Oh, oh. Der schaut immer in meine Richtung, habe ich das Gefühl. Ne, jetzt nicht mehr. Okay. Ist hier ein Ausweg? Hier ist ein Lager. Ja, hier können wir langen. Und vielleicht sogar hier. Okay, scheint hier ein guter Ort zu sein. Ja, ja. Oh, oh. So, wo kein guter... Nicht gut, was ich hier gemacht habe. Ich wurde entdeckt. Juhu. Okay, Leute. Ich... Der letzte, allerletzte versuche ich schon. Wir wissen, wie es aussieht. Ja, bewegt dich. Okay, komm. Wir haben hier die neue Chance unerwartet. Oh. Und entdeckt hier weiterzukommen. Das werden wir auch nutzen. Ja, indem wir hier dann... Ja, indem wir hier den Weg in der Dunkelheit gehen. So. Bist du zu feige, mir in die Augen zu sein? Okay. Oh, oh. Das wollte ich echt ausmachen. Aber die sehen mich trotzdem hier. Würde ich sagen. Vielleicht auch nicht. Doch. Ich glaube, sie sehen mich alle. Vor allem hier sieht man mich. Dann laufen wir aber weiter nach oben. Genau. Okay, hier geht's... Nein. Da wollte ich nicht hin. Ja, ich glaube... Oh, hier geht's nach oben weiter. Ja. Ja. Okay, aber... Ich fürchte so sicher bin ich hier oben auch nicht. Vor allem, wenn ich hier hänge. Ja, man hängt da sehr gut. Das ist eindeutig. So, geil. Hänge ich da einfach im Gerust. Ja, beeil dich endlich. Du hast dauerlich genug umgesehen. Mister. Oh. Ja. Sehr schön. Wir sollten vielleicht nicht so laut sein. Und vor allem hier... Diesen Weg so gehen. Ja. Okay. So. Hat das Licht diesmal ausgemacht. So. Boah. Okay. Hier. So. Diesmal bin ich sicher, wurde ich nicht entdeckt. Vielleicht kann ich hier damit Licht rumlaufen. Ja. Kann ich hier auch hoch? Oh, oh, oh. Das war vielleicht nicht ganz so gut. Oh, und da fährt man runter. Das habe ich jetzt voll übersehen. Ja, danke. Ich bin schon umgelegt worden. Aber man sieht, man kann da schon einen Weg gehen. So unentdeckt wie möglich. Können wir hier... Licht ausmachen, damit er noch weniger Verdacht schöpft. Ja. Komm. Trau dich. Geh weg. Du hast gar nicht gesehen, dass er vorn noch Licht brannte. Hat auch nicht. Und dann wird hier wieder Licht gemacht. Ja. Bleib unten. Ja. Okay. So. Schön Licht ausgemacht. Halt die Klappe, Wurm. Genau. Hör nicht auf ihn. Hier stimmt alles. Hier bin ich, okay. Ha, das Licht hat ich wohl nicht anmachen dürfen. Bin natürlich wieder hier. So. Äh, hier auch noch. Und tot. Ich liebe es, tot zu sein. Aber sowas von, wie ich das liebe. Das ist unglaublich. Ich mag diese Welt langsam nicht mehr. Das ist der furchtbarste Scheißort, den ich hier erlebt habe. Das verspreche ich euch. Wirklich der dümmste Ort, den man hier in diesem Spiel aufsuchen kann. Eine feindliche Metro, die einen gleich sofort niedermäht, wenn man hier einen falschen Schritt macht. Man darf nicht mehr Licht erzeugen, sonst ist man tot. Aber ich habe doch irgendwo Nachtsicht gerät. Vielleicht sollte ich das einfach mal nutzen. Ich sagte, du sollst Ute bleiben. Okay. Ich glaube, hier kann ich. So. Ist dir immer noch nicht gut. Hilft dir gar nicht. Achso, hä? Wo bin ich denn? Hä? Sehe ich da jetzt was? Ah, ich glaube. So. Seht ihr jetzt besser durch das Nachtsichtgerät? Glaube nicht. Das machen wir dann weg. Das hilft mir gerade nicht. So, dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Das gibt es doch nicht. Wegen einem Mal, oder was? Die Metro muss uns gehören. Oh, der hat unten geschossen. Okay. Hä? Ich weiß nicht, wo ich bin. Wo ich hin soll. Aber wir können hier, glaube ich, lang. Und runterfallen. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Mal sehen, wo wir sehen. Sehen. Ciao.